Ich möchte als erstes auf einen Punkt eingehen, den ich schon erwähnt habe und das ist die Automatie, beziehungsweise die Tatsache, dass das Herz von alleine arbeitet. Was meine ich damit? Das Herz ist ein Muskel und normalerweise braucht ein Muskel eine Innovation durch Nerven, um zu funktionieren, beziehungsweise um es mit den griechischen Philosophen zu sagen, ex nihilo nihil fit, von nix kommt nix. Was passiert aber, wenn ich die Nerven, die zum Herz führen, durchschneide? Also dieses Nervengeflecht hier und hier durchschneide, wie das ja auch der Fall ist bei einer Herztransplantation. Da können Sie ja nicht das Nervensystem mittransplantieren. Das Herz im Patienten, das dieses Herz erhält, funktioniert ja trotzdem, das schlägt ja weiter. Wie kann das sein? Ist das Magie? Nein, natürlich nicht. Es ist das Erregungs-, Leitungs- und Bildungssystem, das dafür verantwortlich ist. Dieses System generiert und leitet die elektrischen Impulse im Herzen. Wie das genau funktioniert, wollen wir uns zusammen anschauen. Es bestehen schon, wenn Sie sich das im histologischen Präparat anschauen, da bestehen schon große Unterschiede. Hier sehen Sie Zellen der Purkinje-Fasern, wohingegen Sie hier Zellen des Herzmuskelgewebes sehen, die tatsächlich auf die Kontraktion spezialisiert sind und nicht auf die Erregungsbildung und Weiterleitung. Es gibt zwei wichtige Knotenpunkte beim Erregungs-, Bildungs- und Leitungssystem. Der eine ist der Sinusknoten, hier oben. Der liegt subendokardial, Entschuldigung, subepikardial im Sulcus terminalis zwischen der Mündungsstelle der Vena cava superior und dem rechten Vorhof. Der zweite Knotenpunkt ist der AV-Knoten. Der liegt im Kochschen-Dreieck, das sich ausdehnt zwischen dem septalen Rand der Trikospidalklappe und der Todaro-Sähne. Auch das werden wir uns noch genauer anschauen. Dieser AV-Knoten, der liegt subendokardial, also direkt unter der inneren Auskleidung der Herzhöhlen. Darüber hinaus haben wir Leitungsbahnen, immerhin heißt das Ganze auch Erregungs-, Bildungs- und Leitungssystem. Die Leitungsbahnen setzen sich zusammen aus dem AV- bzw. Hisschenbündel, hier, aus den Tavara-Schenkeln bzw. auch Kammerschenkeln genannt. Dann geht es weiter. Es verzweigt sich in die Pocinye-Fasern, die dann relativ diffus im Myokard enden. Schauen wir uns das an dieser Abbildung nochmal an. Hier sehen wir den Sinusknoten in Blau, den AV-Knoten im Kochschen-Dreieck, hier nochmal der septale Rand und die Todaro-Sähne, der AV-Knoten in Gelb, in Orange bzw. Rosa sehen Sie hier das Hissche-Bündel. Es geht weiter mit einem intensiven Rot, das die Tavara-Schenkel darstellt. Und als letztes sehen Sie hier in lila die sich verzweigenden Pocinye-Fasern. Beim Erregungs-, Bildungs- und Leitungssystem handelt es sich um ganz spezialisierte Herzmuskelzellen. Inwiefern sind die denn spezialisiert? Da gibt es zwei Punkte. Der eine ist, dass Sie die Erregung selber generieren können. Da ist das Stichwort des instabilen Membranpotenzials ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, dass Sie die Erregung weiterleiten können. Da spielen die Gap-Junctions und das daraus folgende Vorliegen eines funktionellen Syncytiums eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dieses funktionelle Syncytium zeichnet sich dadurch aus, dass die Zellen alle elektrisch und metabolisch gekoppelt sind und damit als eine Funktionseinheit reagieren und dem Alles-oder-Nichts-Gesetz unterworfen sind. Heißt, ein Reiz, der überschwellig ist, das ganze System reagiert. Aber schauen wir uns das der Reihe nach an. Das ist ein Reiz, der überschwellig ist, das ganze System reagiert. Das ist ein Reiz, der überschwellig ist, das ganze System reagiert.